und damit hallo meine lieben freunde willkommen zur weiteren Folge hier auf meinem kanal und heute spielen wir mal wieder minecraft peter ja sorry dass es so lange gedauert hat bis wir mehr kapitel gespielt haben aber wir haben sehr viel progress gemacht es gab halt ein paar selber probleme dass es nicht gut richtig gespeichert hat und blablabla wir mussten ein bisschen was fixen und ja deswegen ja auf jeden fall sind auch viele dinge neu dazugekommen tatsächlich dazu auch dass das haus etwas kaputt gegangen ja vielleicht ist das bisschen kaputt gegangen das haus es ist ein bisschen voller lava ja also es die lava hat halt ein bisschen das haus kaputt gemacht ist dass ich meine das ist hat ihr eh kein mehr gehört so ich zeige euch jetzt in meinem haus was hier alles neu ist tatsächlich und zwar habe ich jetzt einen keller hier unten und zwar der keller sieht folgendermaßen aus so ist das nicht ein cooler keller das sieht ja mega dick aus es hat mir 50 jahre gedauert diese kack bin jetzt machen bei mir das ist ja so oft kaputt gegangen aber das war so schlimm das zu bauen aber ich finde es jetzt schon alles aus ich habe nämlich ich werde das nämlich so machen dass ich halt ein wasser film habe ein netter film mit lava ein netter film ne ein end film meine ich und alles sowas das wasser ding habe ich jetzt schon ja die anderen beiden fehlen noch so dann würde ich sagen meine kisten sind immer noch nicht sortiert finde ich dann haben wir jetzt dann habe ich jetzt hier meinen entscheidenden zählen gepackt also der wird auch nicht hier bleiben tatsächlich da wird dann immer im netter ding sein weil ich will ich will mein netter ding nämlich eins zu eins genauso bauen wie in minecraft live 4 einfach weil dies kann hier steht mein ambos weil ich habe keinen anderen platz dafür gefunden das ist immer noch genauso wie es war und hier habe ich jetzt ein fernseher mit lieder und blauen glas hier ist meine couch hier ist meine youtube ecke das hier ist einfach jetzt mal mein hintergrund so kann ich will halt wirklich spätestens hintergrund machen falls ich irgendwann mein facecam machen sollte wenn ich halt nicht so hässlich bin ja das ist erstmal das und mehr gibt es natürlich auch nichts neues eigentlich aber ich fand das halt echt echt cool und leute in dieser folge haben wir etwas wichtiges vor und zwar in dieser folge wollen wir den ender dragon finden erstmal nur erstmal finden besiegen tun wir ihn in der nächsten folge ist wahrscheinlich auch mit raho also wir werden dann halt ein paar sachen schenken und jetzt machen wir uns auf die suche nach dem ender dragon nice danke dass du jetzt auf wenn du wenn die jetzt auf dem haus liegt ich raste aus wir haben ja ein paar so ok hier ist ein händler krass da ich habe eine händler ich ja kommt ja kommen jetzt einfach kommen ich habe ich möchte ich meine kürze zeigen und zwar ich habe ja einmal mein schwert das hat das alles hat jetzt schon mal gezeigt dann mein bogen ach so ja dann jetzt hier meinen helm eine brust meine hose und meine schuhe so nein ihr sind die leute die nach ich habe gesagt du sollst stehen bleiben hat er durch bohren 1 nirgendwo nicht in der auge genau ich war hier wunderbar sind sogar beide wiedergekommen krass ok dann gehen wir jetzt einfach weiter in die richtung hier und laufen weiter in diese richtung ich werde wirklich hoffen dass die dass das ding nicht im meer oder so ist weil das wäre nämlich ultra abfuck leute ich könnte mal kurz ich höre mir eben kurz zwei betten ich gehe ich renne noch mal da raus und mit zwei betten dass wir das wieder schlaf oder drei betten dass wir da schlafen können wenn wir da beim inner drängen sind bis gleich so ich habe gerade dieses kurz drei betten geholt tatsächlich bin jetzt wieder da die tüten sich wieder gegenseitig guck es ihr an es ist gnade wie du spuckst mich an als du pisse ja verricht ok wir müssen ich habe zwei wieder ich habe drei geworfen nein sie sind ey ich schaff's doch ok also mehr so in die richtige richtung hier so hauptsache ist es immer bei fucking bergen ich würde sagen es wird zeit für das nächste ende auge ja warte ich werde ich merke ok genau in die richtung wo ich hingehe ja genau hier in die richtung ok ich werde mal vor wir laufen gleich so weit dass wir in der auge werfen dass wir nach hinten fliegt das lustige ist es wird halt so hoch und so mäßig sein runter zu hab ich ne ich hab natürlich keine pickaxe ja das ist ja unten seit das ist ja gerade noch in der runden ja toll ich hab keine pickaxe ok naja versuch ja ich hab's so ja so ja so an dem fans kann aber nach hause gegangen hat uns oder hat uns zwei diamant spitzhacken gemacht das hat auch nur nicht so zwei stunden gedauert ich hab angst dass wir uns da unten bauen und gleich kommt zu lava und wir sterben ja ja digga das ist so schlimm grafik ja oh mein gott hast du es oh mein gott ja nice wir haben uns alter digga buchen so einen silberfische ok nice jetzt müssen wir so jungen weißt du dass ich silberfische komplett in den arsch ficken könnte ja ja ich hab ich hab's gefunden ich hab den drachen gefunden ich hab den drachen gefunden also zumindest das ding was uns zum drachen bringt lol das portal hab ich gefunden ok wunderbar so fuck warum sind denn nur zwei ender augen ich hoffe du hast genug ender augen ok aber aber bleibt sehr weit vom vom dings weg bleib sehr weit davon weg wir gehen nicht rein egal was du machst wir gehen genau bevor wir das letzte da reinpacken beenden wir die folge ok ich packe jetzt hier schon mal betten hin ok du drück auf das bett oder du nimmst das andere bett bitte welches nimmst du jetzt? das hier ok dann nehme ich das ok ich wollte sagen das war's noch mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal haut rein und ciao